Seid gegrüßt Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Origins. Hier ist euer Don. Alle, ihr Jagd da ist. Komm, wir ziehen auf das Schlachtfeld. Mechai, decke den Rückzug. Viele haben an Eier gezweifelt. Und alle sind durch ihre Klinge gefallen. Ha! Hey! Hey! Geht aus dem Weg! Halt dich fest! Fahrt nach links! Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen? Sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenken! Ich halte sie auf Abstand! Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute! Hinter uns, Mann! Sieh nach hinten! Frisch das, du Ratten! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre, dass noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus! Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Cäsar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter! Ich habe eine Idee! Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los! Der Leuchtturm nähert sich schnell! Wir müssen uns wirken! Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann! Jede Zeit, Mayek! Man wird Lieder über uns singen! Und jetzt, auf zu den Schiffen! Wir werden Helden des Schmerz und Verstands! Ihre Linie geht über drei Stadien! Laut unseren Spekulatores führt Potinus diesen Angriff! Beschäftigt ihr die Soldaten! Ich kümmere mich um Potinus! Ad victorium! Kommt in die Hofe! Alarm! Okay, also das heißt, die Eiermission ist fertig und wir sind die Schlacht am Nil. Das ist eine neue... Und ja, wie könnte es anders sein? Begrüße Jugurta! Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen! Potinus! Bald gehst du in die Duat ein! Sei bereit! Kommt, Jugurta! Angriff! Die Götter haben mich mit eurer Vernichtung beauftragt! Du! Du bist nur eine Mücke in unserem großen Plan! Oh, wie sehr ich wünschte, du könntest dich von hier oben sehen, Bayek! Du kannst dich immer noch retten! Beende diesen Kampf! Wie schön! Du bist der Kuss! Der! 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 Und der! Deine Rolle in diesem aberwitzigen Orden ist beendet, Potinus. Triff deinen Richter. Sie sind zu weit gegangen in Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bayek von Siva. Der Fehrmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Der miese Eunuch ist nicht mehr. Gut. Die Späher haben Septimius gefunden. Er ist in dem Dorf vor uns. Ich lenke seine Männer ab, während du ihn jagst. Wir müssen wissen, was er plant. Sollten eure Spione es nicht schon wissen? Auch die haben Grenzen. Doch sie sagen, Aya ist dem Pharao auf den Fersen. Also sind sie nicht ganz nutzlos. Dann ist Ptolemius bereits gefangen. Ich erledige den Rest. Ich erledige den Dorf. Oh, oh, oh. ich sollte mich hier nicht erwischen lassen okay so hier wird es wahrscheinlich zu einem weiteren Kampf kommen ich habe zuerst noch ein bisschen Pfeile gesucht ich finde aber keine von dem her ab in den Krieg da kommt der Naja endlich bald wirst du deine Götter treffen Bayek von Siva endlich der Kampf bist du bereit für dein Ende? sei du bereit für deinen Richter du findest dich bald in der Duat wieder okay genug war das dein ganzer Torn Medjay kein Wunder dass es so leicht war euer Land zu erobern rede nur du Hund du wirst meinen Zorn kennenlernen komm schon triff deine Götter lass die jämmerlichen Versuche zu kämpfen ich werde dir das Herz herausreißen und es an die Krokodile verfüttern das nennst du Angriff okay bleib unten ach oh er gib dich ich erzähle du sterbst als Held nicht als Verräter erwartet ein Richtspruch Septimius ach komm schon lass die jämmerlichen Versuche zu kämpfen hast du mich vermisst halt Bayek Septimius ist Römer wir behandeln ihn nach römischem Recht er tötete meinen Sohn er tötete meinen Sohn also äh er er Der Pharao ist tot! Alles, wofür wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns. Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. Der lebt noch. Stehst du nun auf Septimius Seite und wir werden aus dem Palastverband? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdammt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Cäsar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Cäsar gibt euch die Schuld an Ptolemäus' Tod. Ein Pharao, ein Gott, Bayek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Cäsar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gebt mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Na! Verräter! Nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment, Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen. Arbeiten im Schatten von Königinnen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiter kämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben. Unsere Werte, unser Credo wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siva. Auf die Bruderschaft! Die Bruderschaft! Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexander Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an. Stab 일�isch. Bis zum nächsten Mal.